So, da ist der Piet hin. Piet? Komm, Piet, tun wir so, als ob du so eine Figur umstehst. Nein, du sollst Sack spielen, nicht Baby. So, kommt Piet, erzähl mal, wo sind wir jetzt gerade? Jetzt sind wir in Aachen, oder? In Aachen am Wasser. Am Aachensee. Am Aachensee. Und das ist unsere erste Station. Ja, und jetzt warten wir auf den portugiesischen LKWs. Und weil die jetzt noch nicht da sind... Eigentlich richtig sind wir ans See gegangen. Kann man schon noch was zu ziehen? Ah, angenehm. Bin ich überhaupt drin? Ja, doch, da hinten. Mach das weg. Mach das weg, aus. Schnipp. Cut. So, und zwar. Aber du sprichst halt portugiesisch mit einem komischen Enden. Also, wir sind hier in einem Lieferwagen. Und der fährt jetzt wieder mit 130 über die trans-wiesische Grenze. Ich lese vor. Ja, lese mal vor. Willkommen in Frankreich, inklusive Molako. Mit dem Preisversprechen kostenanrufen nach Deutschland und Frankreich. 29 Cent pro Minute. Ui, ist das teuer. Okay, alles klar. Cut. Räuft da? Ah ja. Ja, also hier. Da gibt's wohl was zu saufen hier. Und Service haben wir auch.